Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Kenan und ich studiere im siebten Semester International Business an der Hochschule in Pforzheim. Derzeit befinde ich mich an der University of Sarajevo in Bosnien, wo ich mein Pflichtauslandssemester absolvieren werde. Im heutigen Video reden wir über die Wasserressourcen und die Wasserqualitäten von Bosnien und Herzegowina. Diese Wasserquellen von Flüssen bis zu sehen spielen eine entscheidende Rolle im Leben der Menschen und der Natur. Beginnen wir mit einigen Statistiken und Fakten. Laut der World Bank ist Bosnien Platz 48 nach Wasserressourcen pro Kopf, was sie zu der Top 6 in Europa gehören lässt. Zum Vergleich, Deutschland ist auf Platz 119. Bosnien verfügt über eine Fülle von Wasserressourcen, darunter Flüsse wie die Una, Meretva oder Sava, sowie marische Seen wie den Plivarsee. Doch trotz dieser Schätze gibt es Herausforderungen zu bewältigen. In den letzten Jahren hat die industrielle Entwicklung und landwirtschaftliche Praktiken zu einer zunehmenden Belastung dieser Gewässer geführt. Die Statistiken verdeutlichen, dass Wasserverschmutzung und Wasserknappheit auf dem Vormarsch sind. Unsachgemäße Abfallentsorgung, industrielle Abwasser und der Einsatz von Pestiziden bedrohen die Qualität des Wassers. Weitere Details zu diesem Thema findet ihr in meinen letzten Videos. Nicht nur die Qualität der Gewässer nimmt ab, auch der optische Zustand verändert sich, da einige sehen sogar die Farbe Lila angenommen haben durch diese industrielle Abwässer. Die wachsende Verschmutzung und der übermäßige Wasserverbrauch stellen ernsthafte Herausforderungen dar. Schädtische Gebiete und solche Gebiete sind gleichermaßen betroffen. Unzureichende Kläranlagen und Landwirtschaftspraktiken, die den Boden und das Wasser beinträchtigen, verschärfen die Situation. Die Ökosysteme, die von diesen Wasserquellen abhängen, sind sehr bedroht. Die Bedrohung durch den Klimawandel ist ebenfalls präsent. Veränderte Niederschlagmuster unter extremer Wetterbedingungen wie extreme Hitze beeinflussen die Wasserressourcen und können die Probleme weiter verschärfen. Als Antwort auf diese Herausforderung gibt es erfreulicherweise Initiativen zur Verbesserung. Einige Gemeinden haben begonnen, Müllsammelaktionen und Aufklärungskampagnen zu starten, um das Bewusstsein für die Bedeutung sauberer Wasserqualitäten zu verschärfen. Ebenfalls wird der Einsatz moderner Kläranlagentechnologien und nachhaltige Landwirtschaftspraktiken, die zunehmend praktiziert werden, werden als Schritte in die richtige Richtung unternommen. Internationale Partnerschaften und Programme unterstützen ebenfalls den Schutz der Wasserqualität. Die Zusammenarbeit mit EU-Fonds und anderen Organisationen ermöglichen die Finanzierung von Projekten zur Renaturierung von Flussufern und zur Förderung nachhaltiger Wasserbewirtschaftungen. Doch wie sieht die Zukunft aus? Die Herausforderungen werden zweifellos bestehen bleiben, aber die Bemühungen zur Erhaltung und Verbesserung der Wasserqualität weisen auf einen optimistischen Weg hin. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Gemeinden, internationalen Organisationen und der Bevölkerung ist in dieser Sache entscheidend. Die Vision für die Zukunft umfasst saubere Flüsse und Seen, eine nachhaltige Trinkwasserversorgung und intakte Ökosysteme. Die Integration von Umweltschutz in politische Entscheidungen und das Engagement der Gesellschaft werden Schlüsselfaktoren sein, um die Wasserqualität in Bosnien zu bewahren und zu verbessern. Dies war bisher nicht der Fall, doch man schaut optimistisch in die Zukunft. Das war's für mein Video. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Video.